Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Kulturtalk, der Gesprächsreihe über Wuppertals Kunst- und Kulturorte zu Zeiten von Corona-Maßnahmen. Ich bin Marie-Julie, Kulturwissenschaftlerin und heute zu Besuch hier im von der Heidt Museum. Bevor ich reingehe, erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Technikerinnen und Techniker, die diese Folgen überhaupt erst möglich machen. Das von der Heidt Museum ist ein 1902 gegründetes Kunstmuseum, dessen Sammlungen, Grafiken, Malereien, Skulpturen und Fotografien vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart umfasst. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Roland Mönig. Herr Mönig ist Museumsdirektor von von der Heidt Museum, aber auch Geschäftsführer der von der Heidt G GmbH und des Kunst- und Museumsvereins. Mit ihm werde ich über die aktuelle Situation, ihre Probleme, ihre Hürden, aber auch, wenn es sie denn gibt, ihre eventuellen Chancen sprechen. Guten Morgen, Herr Mönig. Guten Morgen, Knapperswisch. Wir sitzen jetzt hier in einem Flur, der zu den Ausstellungsräumen führt und es ist erschreckend leer hier. Das liegt allerdings zum Glück nicht mehr an den vorangegangenen Schließungen, sondern daran, dass wir zehn Uhr morgens haben und Sie erst um elf Ihre Türen öffnen. Sie haben jetzt heute das zweite Mal oder öffnen jetzt heute das zweite Mal seit wie langer Zeit Ihre Türen? Seit einem knappen halben Jahr, vier, fast fünf Monate. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, ja. Wie war das gestern für Sie, dann auch für Sie zum ersten Mal Besuche zu empfangen hier? Das war für uns alle beglückend und befreiend und zugleich auch eine ganz eigentümliche Erfahrung. Wir haben jetzt gestern zum ersten Mal eine Ausstellung eröffnet, die eigentlich seit November fertig stand, die im November offiziell an den Start hätte gehen sollen. Und gewöhnlich ist es so, dass die Ausstellungslaufzeiten drei, vier Monate betragen. Das heißt, eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, an dem wir die Ausstellung hätten verabschieden sollen. Stattdessen zeigen wir sie jetzt zum ersten Mal der Öffentlichkeit, aber auch, das sind wir aus dem letzten Lockdown schon gewohnt, ohne irgendeinen richtigen Startschuss. Es gibt ja so ein Ritual, man eröffnet eine Ausstellung, man macht nicht einfach nur die Haustür auf, sondern man feiert das, man zelebriert das mit Reden, vielleicht auch mit Musik. Man schafft so eine Rite Passage, durch die man durch muss. Das ist auch ganz gut. Das ist ein Moment des Beginns und ein Moment des Übergangs, der auch für das Projekt und für das Team sehr wichtig ist, dass daran gearbeitet hat. Und dann diese merkwürdige Situation. Seit November steht alles, keiner hat es gesehen und plötzlich, es hat uns ja auch ein bisschen überfallartig ereilt, plötzlich dürfen wir wieder öffnen und dann sind die Menschen wieder im Museum. Also es ist befreiend und zugleich merkwürdig. War das eine, also war diese, konnten Sie die Eröffnung nicht so zelebrieren, wie Sie es wollten, weil eben die Entscheidung der Eröffnung so plötzlich kam oder weil die Maßnahmen das einfach nicht erlauben? Eröffnungen sind ja Präsenzveranstaltungen aus gutem Grund. Es ist wie im Theater, es ist wie im Konzert, in der Oper, im Kino. Das ist ein Augenblick, in dem viele Menschen zusammenkommen, um gemeinsam ein besonderes Erlebnis zu teilen. Und das geht ja nicht. Es gibt Häuser, die tatsächlich im Augenblick rein digitale Eröffnungen machen und sogar während des Lockdowns Ausstellungen eröffnet haben, die keiner sehen konnte. Es gab dann eine Online-Eröffnung mit Reden und fingierten Rundgängen durch die Ausstellung. Das ist aber aus meinem Gefühl nicht das Gleiche. Das ist etwas komplett anderes. Das ist etwas, was wir jedenfalls noch nicht getan haben. Wir müssen mal gucken, was die Zukunft uns bringt, wie lange die Einschränkungen noch erhalten bleiben. Sie haben keine direkt digitale Führung angeboten, aber Sie haben ja schon andere Arten von Führungen angeboten. Ach doch, wir haben multimediale Führungen angeboten. Das ist ein Angebot, das wir tatsächlich eigens während der letzten vier, fünf Monate entwickelt haben. Gerade auch für die Ausstellung Vision und Schrecken der Moderne. Ich glaube, den Titel haben wir noch gar nicht genannt, über den wir die ganze Zeit reden. Gerade für diese Ausstellung, weil wir das dringende Bedürfnis hatten, das zu vermitteln und ein bisschen auch vorzubauen, in der Hoffnung darauf, irgendwann doch zeigen zu können, was da steht, haben wir multimediale Führungen angeboten und die werden gut angenommen. Das ist auch eine interessante Lehre aus diesem Moment der Krise. Krise heißt ja nicht nur, dass etwas komplett negativ ist. Krise ist ja dem griechischen Ursprung nach eigentlich der Wendepunkt. Und für uns war das im Nachdenken über Vermittlung schon ein Wendepunkt, weil wir gesehen haben, man kann mithilfe einer multimedialen Präsentation online den Leuten ein ganz gutes Gefühl für die Themen einer Ausstellung geben. Man kann sehr gut und sehr tief vermitteln, auch auf andere Weise vermitteln als im Rahmen einer Eröffnung, wo ja immer auch viel inhaltlich erzählt wird oder im Rahmen von Führungen. Und es ist tatsächlich so, dass wir an diesem Format mit hoher Wahrscheinlichkeit festhalten werden. Also dieses Online-Format wird es wahrscheinlich auch in Zukunft weitergeben. Selbst dann, wenn wir wieder Präsenzveranstaltungen machen dürfen. Haben Sie da eine gute Resonanz bekommen, auch von den Besucherinnen, wenn man das dann so nennen kann? Ja, also nicht nur, dass diese Gelegenheiten eigentlich fast alle ausgebucht waren in der Vergangenheit. Wir haben das Angebot jetzt verstetigt, sondern wir haben auch tatsächlich von den Leuten gehört, explizit, das ist so eine tolle Form, sich einer Ausstellung zu nähern. Macht das bitte weiter. Verabschiedet euch nicht davon. Gebt uns weiter die Möglichkeit, so intensiv in ein Thema einzusteigen. Hat sich da auch jemand geäußert, aus welchem Grund das dann so gut angekommen ist? Also hatte das dann so einen Bequemlichkeitsfaktor oder vielleicht auch so einen Barrierefaktor, dass man gar nicht in so einen, ja vielleicht auch für manche Menschen erschreckenden, imposanten Bau gehen muss, um sich das anzuschauen? Oder eher, ich habe nicht so viel Zeit oder ich bin vielleicht überhaupt gar nicht in Wuppertal. Wir machen ja gerade neue Barriereerfahrungen. Was Sie beschreiben, das Museum als ein Imponierbau, das soll es natürlich auch immer sein, nicht um die Leute abzuschrecken, sondern um sie einzustimmen auf eine andere Form von Erfahrung jenseits der Alltagsrealität, die Sie kennen. Das ist so die Schwelle, die Barriere, die wir bisher kannten und gegen die wir vermeintlich immer am meisten gekämpft haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Barriere ist, das nur unter uns. Auch ein imposantes Stadion ist eine Barriere und die Leute rennen rein. Aber davon abgesehen, es gibt neue Barriereerfahrungen natürlich. Das Publikum, das wir in erster Linie anzusprechen gewohnt sind mit Führungen, das hat eine große Barriere vor dem imposanten Computer. Die mussten angelernt werden, viele unserer Gäste mussten angelernt werden. Wir haben tatsächlich in Vorbereitung auf diese Online-Termine, insbesondere auch für unsere Stammgäste, dann so kleine Tutorials gemacht und die Mitarbeiterinnen sich hingesetzt und haben den Leuten buchstäblich die Knöpfe am Computer erklärt und erklärt, was sie tun müssen, damit sie sich im richtigen Moment ein- oder ausschalten in so einer Online-Konferenz. Muss man da natürlich auch erstmal hinkriegen, sich das Tutorial anzugucken. Das vermeintlich barrierefreie Medium, Computer, hat dann doch eigene Hürden. Ja, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass Sie ja vor fast genau einem Jahr, also am 01.04.2020, überhaupt erst Ihre Stelle als Direktor des Vonderheit Museums angetreten haben. Und wie war das dann damals für Sie mitten im ersten Lockdown? Was soll ich sagen? Der 1. April ist immer ein Datum, an dem man Überraschungen erlebt. Ich hatte mir das natürlich komplett anders vorgestellt. Wir alle. Ich meine, ich habe im Vorfeld natürlich schon viel mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus gesprochen. Wir haben uns immer mal wieder abgestimmt und ab Mitte Februar war klar, wir würden in eine sehr merkwürdige Situation kommen. Und als ich am 1. April anfing, war das Museum sogar leer. Die Ausstellungen, zwei große Ausstellungen waren gerade zu Ende gegangen. Das bedeutet immer eine Phase des Umbaus. Und genau in dieser Umbauphase, die Räume waren gerade leer gezogen und hätten jetzt wieder gefüllt werden sollen. Gerade in dieser Phase des Umbaus kam die Anordnung, alles nach Hause, alles ins Homeoffice, keine direkten Kontakte mehr, kein Arbeiten in Gruppen, was man braucht, wenn man Ausstellungen aufbaut. Das Haus war also leer. Das ist eine merkwürdige Situation, dass man durch leere Räume gingen und noch nicht mal die Sammlung an den Wänden hing. Ja, das hört sich wirklich nach einer bizarren Situation an, als wäre das Museum auf einmal ausgelöscht. Und viele der Kolleginnen und Kollegen waren auch nicht in den Büros. Es gab so eine, so ein Schärflein der sieben Aufrechten, die mir dann geholfen haben, mich einzufinden. Für mich war ja auch alles neu. Und dann hat meine Sekretärin, die Kollegin aus der Öffentlichkeitsarbeit, meine Stellvertreterin, unsere Verwaltungsleiterin, die haben sich so ein bisschen abgewechselt, um mir die Hand zu reichen und mir zu zeigen, buchstäblich, wo die Bleistifte liegen. Und mir das Einleben überhaupt zu ermöglichen und zu erleichtern. Sie hatten dann relativ bald ja auch mit der Planung der digitalen Führung angefangen. Wie ist das abgelaufen? Also haben Sie sich da an anderen orientiert? Oder haben Sie gesagt, okay, wir müssen uns jetzt zusammensetzen und gucken, wie wir irgendwie noch Museumsbesuche anbieten können? Da gaben mehrere Faktoren zusammen. Also von vornherein war es bei mir ein Wunsch gewesen, das digitale Angebot auszubauen. Okay, schon vor Maßnahmen. Ja, das war ein Desideratum eigentlich. Das stand an. Deswegen gab es schon bestimmte Gedanken in die Richtung. Aber in der Verschärfung war natürlich keiner vorbereitet. Es gab auch keine Modelle, an denen man sich orientieren konnte. Wir haben dann viel improvisiert. Wir haben sehr viel mit Bordmitteln gemacht. Da war das ganze Team auch enorm flexibel und erfinderisch. Da hat sich keiner rausgezogen, sondern alle haben versucht, aus Ihren Möglichkeiten für Ihren Bereich die Dinge nochmal neu zu denken. Es gab aber keine Benchmark. Es gab keinen Orientierungspunkt, an dem man beginnen konnte. Das war für uns alle neu. Und wir hatten auch nicht das Equipment. Ja, klar. Das ist dann auch nochmal eine große Hürde. Wir mussten dann auch an einigen Stellen nachrüsten. Viele Kolleginnen sind dann auch mit ihren Privatgeräten gekommen, damit wir überhaupt irgendwas machen konnten. Wir hatten mit der Stadtsparkasse Wuppertal zu diesem Zeitpunkt einen guten Partner auch an der Hand, mit dem wir eine Ausstellung gemacht haben. Eine Kreuzung der beiden Sammlungen, der Firmensammlung Sparkasse und der städtischen Kunstsammlung von der Haltmuseum. Und aus dieser Partnerschaft ist dann auch ein Digitalprojekt erwachsen, weil die Ausstellung auch nicht eröffnet werden konnte in der traditionellen Form, aber die Sparkasse das Bedürfnis hatte, legitim zu sagen, wir wollen das Publikum erreichen. Wir wollen auch darstellen, was diese Kooperation bedeutet hat. Und dann haben wir zusammen mit denen einen ersten virtuellen Rundgang mal gebaut mit 360-Grad-Kamera und so. Das war dann auch in der Partnerschaft, auch mit der Unterstützung der Stadtsparkasse möglich. Das hätte dann sonst außerhalb unserer Möglichkeiten gelegen, da so spontan zu tun. Was macht denn Ihrer Meinung nach so ein echter Ausstellungsbesuch aus? Also welchen Wert hat das Reale da im Gegensatz zum digitalen Ausstellungsbesuch? Sie brauchen Museen für das Reale. Wenn Sie das Reale nicht wollen oder wenn Sie das Reale für entbehrlich halten, dann brauchen Sie keine Museen. Museen sind Orte. Museen haben Räume. Museen haben nicht nur eine Architektur, die einen visuellen Rahmen gibt, sie haben auch einen Klang. Sie strömen ein bestimmtes Gefühl aus. Und manchmal sind sie auch Barrieren in ihrer Erscheinung. Aber es sind immer Orte, die einen auf eine besonderer Weise als ganzen Menschen packen. Und in diesen besonderen Orten sind besondere Dinge, die unsere Kultur in der einen oder anderen Weise repräsentieren, die ein Gedächtnis, ein kollektives Gedächtnis repräsentieren. Und das Gedächtnis hängt an den Dingen, wie in unser aller Leben. Man kann alles digitalisieren, aber ein Souvenir nicht. Also ein Souvenir ist eine Erinnerung. Wir wissen alle, Dinge sind für uns das Orientierungsmerkmal schlechthin. Und das sollten Museen bieten. Sie sollten Dinge, die für uns alle von Bedeutung sind, so zeigen, dass sie zum Erlebnis werden. Und dieses Erlebnis hat man nur an dem realen Ort als realer Körper im Gegenüber mit anderen körperlich vorhandenen Dingen. Das ist nicht ersetzbar. Da bin ich fest überzeugt. Also sind die digitalen Ausstellungen keine wirklich gleichberechtigte Alternative zum realen Museumsbild? Nein. Die sind wirklich, die sind Avatare der Kunst. Das sind keine realen Dinge. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dieses Instrument haben, dass wir die Möglichkeit haben, solche Zugänge jetzt zu schaffen. Es kommt aber noch was anderes dazu. Ich habe ja bewusst nicht davon gesprochen, dass Dinge eine Aura haben. Warum geht es mir auch gar nicht, obwohl die Dinge eine Aura haben? Das merkt man immer wieder, wenn die Leute sich hier durchs Haus bewegen, wie die sich den Objekten, den Gunstwerken nähern. Man spürt, da passiert was. Ich will das aber gar nicht mystifizieren. Etwas anderes ist noch mindestens genauso wichtig. Ein Museum ist manchmal am schönsten, wenn man mit den Werken alleine ist. Aber es ist immer auch ein Ort, an dem Kommunikation stattfindet. Es ist ein sozialer Ort. Es ist ein Ort, an dem Austausch stattfindet. Das ist eben extrem spürbar, wenn Sie eine große Veranstaltung haben, wenn Sie eine Eröffnung haben. Das ist im Extrem spürbar, wenn Sie eine Ausstellung haben, die sehr gut läuft, weil alle einfach hinwollen. Das ist aber auch spürbar, wenn Sie ein Museum im vermeintlich unauffälligen Normalbetrieb haben. Wenn die Leute durchflanieren, alleine oder in kleinen Gruppen, wenn sie sich begegnen. Das ist ein Ort, an dem Austausch zwischen Menschen stattfindet. Das ist ein offener Ort. Und dieser offene Ort ist über die Monate jetzt geschlossen gewesen. Jetzt haben wir ihn wieder auf. Das ist wirklich fantastisch. Es ist wirklich eine Befreiung und Erlösung für uns alle. Die wir ja nichts anderes tun den ganzen Tag, als dafür zu sorgen, dass die Menschen etwas Interessantes vorfinden bei uns und dass sie sich wohlfühlen. Und als dann gestern die Leute kamen, war das Glück, in den Gesichtern zu spüren, also das, was man sehen konnte. Ja, das glaube ich. Oberhalb der Maske. Es war schon was los in den Augen, die man da sah. Aber dann sagte ein Gast mir, es ist ja toll, dass ich wieder kommen kann. Aber wissen Sie, was ich am liebsten tue? Ich komme einfach zwischendurch. Die Leute müssen jetzt ein Zeitfenster buchen, müssen sich auf dieses Zeitfenster festlegen. Aber zum Museum als offenen Ort, als Ort der Kommunikation, auch der zufälligen Begegnung von Menschen untereinander, gehört es, dass man einfach reingehen kann. Idealerweise mit einer Jahres- oder Mitgliedskarte des Museumsvereins. Und da sind wir immer noch nicht. Ja, Sie sagten ja auch gerade, das Museum ist ein Ort der Begegnung. Es ist außerdem, würde ich sagen, auch natürlich ein Bildungsort. Und ich habe das Gefühl, gerade wird Kunst und Kultur ziemlich stark so als Unterhaltung dargestellt, weil es ja auch relativ weit hinten dann in den Öffnungs-, aber auch in den Unterstützungsketten steht. Und würden Sie sagen, dass der, ja auch der Auftrag von Kunst gerade ernst genug genommen wird? Mit Sicherheit wird er nicht ernst genug genommen. Die Frage ist, wo da die Gründe liegen. Liegt es daran, dass es unbequem ist? Oder liegt es daran, dass vielleicht die Museen, die Kultureinrichtungen selber auch in ihrer Arbeit, in ihrer Außendarstellung Dinge verkehrt gemacht haben? Wenn Kultur dann wahrgenommen wird und wenn alle Akteure in der Kulturszene darauf hinarbeiten, dann wahrgenommen zu werden, sobald sie Events produzieren, muss man sich nicht wundern, wenn man hinterher auch unter der Eventbranche subsumiert wird. Das ist eigentlich nicht erstaunlich. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie zwingend die Alternative ist zwischen, das ist ja dieses schreckliche Wort, das mag ja keiner aussprechen, das geht einem kaum über die Lippen, dem Bildungsort und dem Ort, an dem man einfach mit Freude und Gewinn für sich selber, ohne dass man den Gewinn in heller und Pfennig aufrechnen kann, sein kann und sein will. Und ich glaube, da haben wir als Kultureinrichtung noch eine Menge Arbeit zu tun. Wenn wir deutlich machen wollen, dass Bildung nicht darin besteht, Daten und Fakten und Kenntnisse einzutrichtern, sondern Bildung darin besteht, etwas zu erfahren, was ich bisher nicht wusste. Wenn sie das Fernsehen anmachen, dann ist es ein Einheitsbrei, den sie da eingetrichtert bekommen. Und das Erfolgsrezept besteht darin, in der Regel nur Erwartungen zu bedienen und keine neuen Erfahrungen zu ermöglichen. Das ist das Prinzip der Quote. Die Museen, die Theater, die Konzerte, was auch immer in der Kultur abläuft, sollte eigentlich dazu eine Alternative bieten. Wir sollten keine Spaßverderber sein. Ich finde, nichts sollte mehr Spaß machen, als sich diese Angebote zu bedienen und zu spüren, dass es diese Angebote gibt. Aber wir sollten auch deutlich machen, dass wir eben mit gutem Recht etwas anderes tun. Dass wir eine Erfahrung bieten, die anders sein kann und anders sein muss. Das ist anstrengend. Ja, das glaube ich. Die Überbrückungs- und Corona-Hilfen, die ja vielleicht auch eine gewisse Wertschätzung der Kunst und der Kultur zeigen könnten, das haben wir auch im vorangegangenen Gespräch nochmal bestätigt bekommen, sind eigentlich nicht wirklich ausreichend, um den Kulturbetrieb und eben auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da dranhängen, aufrechtzuerhalten. Das heißt, finanziell kommen da Kunst- und Kulturschaffende absolut an ihre Grenzen gerade. Wie sieht das da bei Ihnen aus? Also sind Sie da durch Ihre Förderer, sage ich auch mal, besser aufgestellt oder haben Sie da auch Probleme, größere Probleme als vorher? Ja, die Situation der Museen ist etwas anders als die Situation der Live-Kultur. In der Live-Kultur, das sage ich jetzt aus meiner Leinenperspektive, das werden die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie sprechen, sicher differenzierter darstellen können, haben es natürlich viel auch mit freien Leuten zu tun, die auftreten, mit Künstlern, die von Engagement zu Engagement gehen. Und Sie sind immer angewiesen darauf, dass durch bestimmte Formate auch wieder Geld durch Publikum reinkommt. Natürlich gibt es immer auch eine Grundfinanzierung. Aber die Situation der Live-Kultur ist, glaube ich, viel dramatischer als für die Museen und insbesondere dann, wenn die Live-Kultur in freier Trägerschaft oder unternehmerisch gestemmt wird. Institutionen wie die Museen haben es da etwas günstiger. Wir haben auch viele freie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, vor allen Dingen in den Satellitendiensten, also die unendlich vielen Führungen, die jedes Jahr bei uns gemacht werden, die Workshops, die ganzen Angebote, die nur vermeintlich am Rand stattfinden, die aber eigentlich den Kern der Vermittlungsarbeit bilden, die werden durch Freie abgebildet. Und da gibt es wirklich enorme Probleme. Und da können wir im Moment auch kaum helfen, wir können kaum dagegenhalten. Wir haben dann einige der Online-Angebote mithilfe der Freien realisiert, zum Beispiel Audiospuren, die man über einzelne Kunstwerke auf unserer Website abrufen kann, haben wir mit ihrer Hilfe realisiert, als wenigstens eine kleine Kompensation für die ganzen entgangenen Führungen. Aber die Museen und die übrigen staatlichen oder städtischen Einrichtungen haben natürlich den Vorteil, dass ihre Strukturen von der Gemeinschaft getragen und gewollt sind und aufrechterhalten werden, unabhängig davon, wie viele oder wie wenige Besucher ins Haus kommen. Und deswegen muss ich sagen, wir haben enorm viele Verunsicherungen erlebt und es ist bei uns so wie für alle in allen Lebens- und Geschäftsbereichen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht weiß, wofür und wohin man arbeitet. Ja, die Problematik werden Sie wahrscheinlich auch immer noch haben, trotz der Teilöffnung. Die Theater produzieren jede Menge tolle Stücke auf Halde. Das können Sie nicht zeigen. Es ist enorm frustrierend, da kommt nichts zurück. Genauso Ihre Ausstellungen auch, die eigentlich jetzt schon vorgearbeitet werden. Wir haben Ausstellungen tatsächlich jetzt, wir haben das Programm schon dreimal umgestrickt seit dem ersten Lockdown und wir sind immer noch dabei, die weiteren Folgen zu bearbeiten. Das geht mit Sicherheit noch in das nächste und übernächste Jahr hinein, möglicherweise noch weiter, je nachdem, wie lange das Drama andauert und wie schnell die ganzen Maßnahmen greifen, um die Situation wieder in den Griff zu kriegen. Und jetzt wird es interessant, weil wir eine besondere Situation haben, wir sind ein städtisches Haus, also insofern sicher, aber in unserem Ausstellungsbetrieb sind wir auf der einen Seite freier. Wir haben eine GGMBH, eine gemeinnützige GmbH, mit der wir diese ganzen Aktivitäten abwickeln. Wir sind dadurch freier, aber auf der anderen Seite sind wir auch in diesen Aktivitäten auf Einnahmen angewiesen. Und wir können nur dann die Ausstellungen realisieren und die Ausgaben decken, wenn auch auf der anderen Seite Einnahmen stehen. Und da kommen wir jetzt gerade in eine Disbalance. Es ist noch nicht dramatisch. Auch da gibt es viel schlimmere Fälle, gerade auch bei den rein privat geführten Museen. Und insbesondere dann, wenn Sie etwa in die angelsächsische Welt gucken, wo es einen Schreckensruf gibt, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Museen diese Krise nicht überleben könnten. Tragisch, ja. Aber auch da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir Dinge kompensieren müssen, dass wir Programme anders zuschneiden müssen, dass wir vielleicht bestimmte Themen anders, weil auch mit kleinerem Budget abdecken müssen. Denn wir wissen auch noch nicht, was es bedeutet, wenn wir wieder in einen normaleren Betrieb kommen. Wir wissen nicht, ob die Besucherströme so funktionieren werden, wie sie vor der Krise funktioniert haben. Ob die Mobilisierung genauso funktionieren wird, wie vor der Krise. Ob es fast so eine Gewohnheit daran gibt, jetzt von zu Hause zu konsumieren, zu arbeiten. Ich bin nach dem gestrigen Tag insbesondere sehr optimistisch. Ich habe das Leuchten in den Augen gesehen, oberhalb der Masken. Wir haben darüber gesprochen. Und ich habe gesehen, wir alle haben gesehen, dass die Leute einfach ein Bedürfnis hatten. Dass die Lust hatten, dass die wollten. Übrigens ist das der schönste Beweis dafür, wie wichtig Häuser wie unsere sind, wie wichtig die Kultur ist, die auch gerade so viele Barrieren zu haben scheint. Aber das ist den Leuten wichtig. Wir hatten kaum das Angebot der Zeitfenstertickets online. Wir müssen jetzt nach Zeitfenstern kontingentieren. Da haben die Leute angefangen zu buchen. Die haben ein bisschen die Nacht hineingebucht. Und jetzt das kommende Wochenende haben wir, glaube ich, nur noch ein Zeitfenster frei, in dem es Tickets gibt. Samstag und Sonntag sind sonst schon durchgebucht. Also man sieht, die Leute wollen kommen. Ich weiß nicht, ob es dazu führt, dass sich wirklich so grundlegend die Verhältnisse ändern und auch die Einstellung der Menschen zum Museum sich ändert. Ich glaube, dass man mit gutem Optimismus sagen kann, das bleibt. Aber wir sind gewohnt gewesen, dass das Publikum auch bereit war zu reisen. Dass die Leute nicht nur aus Wuppertal, aus dem Bergischen, aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet gekommen sind, sondern dass sie auch aus Hamburg gekommen sind oder aus München oder aus Frankreich oder aus den Niederlanden. Und das passiert im Moment noch nicht. Das geht im Moment noch nicht. Und wer weiß, wann es wieder geht. Von daher denke ich, dass wir uns auf bestimmte Veränderungen schon einstellen müssen. Blicken Sie da eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft? Mit Pessimismus kommt man nirgendwo weiter. Und erst recht nicht im Museum und in der Kultur. Deswegen ist immer der optimistische Blick aus meiner Sicht der richtige. Manchmal bedeutet Optimismus, dass man auch mutiger über Hürden springen muss. Oder mehr Arbeit hat, um immer wieder neu anzufangen, Ausstellungen zu planen. Aber wenn man das nicht aufbringen kann und wenn man diese Resilienz nicht hat, dann kommt man in der Kultur sowieso nicht weiter. Und wenn man jetzt gerne die Ausstellung in echt oder auch digital anschauen möchte, wie kann man da vorgehen? Sie müssen die Barriere Internet überwinden. Sie müssen ein Online-Ticket kaufen für ein bestimmtes Zeitfenster. Wie lange hat man da Zeit? Wir haben immer die Möglichkeit geboten, bis zu drei Stunden im Haus zu bleiben. Weil wir gesagt haben, man muss sich auch einlassen können. Man muss Ruhe mitbringen. Es ist ja doch eine Menge zu sehen. Und Sie müssen sich also vermutlich anmelden. Sie können nur innerhalb dieses Zeitfensters kommen. Wenn Sie fünf Minuten zu früh kommen, werden Sie nicht reingelassen. Wenn Sie zu spät kommen, werden Sie auch nicht reingelassen. Das sagt einfach die Corona-Schutz-Verordnung. Dann sind Sie hier im Haus frei, sich zu bewegen. Sie müssen eine medizinische Maske tragen. Ausnahmen gibt es nicht. Es gibt auch keine Atteste, die einen befreien können von der Maskenpflicht. Wer keine Maske aus welchen Gründen auch immer tragen kann, darf leider im Moment nicht kommen. Das ist wirklich übel. Aber das geht aufgrund der Pandemiebekämpfung nicht. Aber ansonsten ist man frei. Man kann sich hier im Haus bewegen. Und man wird dann am Ende noch mal gebeten, die Kontaktdaten zu hinterlegen. Und zu sagen, ich war von elf bis eins oder von elf bis zwölf im Museum. Okay. Und da kann man sich dann online anmelden. Und genauso führen Sie ja auch Ihre digitalen Führungen weiter fort. Das führen wir weiter. Und wir werden das Online-Angebot auch noch weiter ausbauen. Wir haben natürlich unendlich viel Zeit verwendet und auch verschwendet darauf, immer wieder neu zu planen im letzten Jahr und immer wieder uns anzupassen an die neuesten Entwicklungen. Aber wir haben an der anderen Seite auch ein bisschen Luft und Zeit gewonnen, um gerade die Themen der Online-Vermittlung und auch die Vorbereitung einer neuen Website voranzutreiben. Und möglicherweise, also auch da bin ich immer optimistisch. Es gibt ja nichts Schlechtes, was mich auch was Gutes hätte. Möglicherweise hätten wir diese Überarbeitung der ganzen Online-Angebote ohne Corona so schnell nicht hingekriegt. Nicht nur, weil wir keinen Druck und keine Not gehabt hätten, sondern auch, weil wir durch andere Aufgaben absorbiert gewesen wären. Ja, solange Sie nicht schließen müssen, gibt es immer noch irgendwie einen Weg. Ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Und ich wünsche Ihnen reichliche Besucher in den nächsten Wochen. Und wir hoffen, dass es so kommt. Vielen Dank. Vielen Dank.